Jeder Mensch kommt mit der Wahrheit ins Leben, mit der Wahrheit über das Leben, in sich selbst, jedes Kind. Man liest es in den Augen eines Kindes, dass es die Wahrheit kennt, aber es wird umgeben mit der Angst. Und wenn man diese Wahrheit im Laufe des Lebens nicht aufgibt, sich der Angst stellt mit der Liebe, dann bezwingt die Liebe die Angst und die Wahrheit wächst und befreit zum ewigen Leben. Die Liebe, sie offenbart uns die Wahrheit wieder und befreit uns von der Knechtschaft, der Sünde und des Todes und bringt uns ins Hier und Jetzt, wo das ewige Leben wahr ist und für immer bleibt.